Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Vorgehenscher Call of the Wild. Wir sind unterwegs auf dem Plateau. Ich habe schon ein paar mehr da gemacht und tatsächlich muss ich sagen, ich habe auf diesem ganzen Weg vom Aussichtspunkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bis hierhin keine einzige Fährte gefunden. Deshalb werden wir uns hier einen kurzen Abschluss hier machen über den See. Ich hoffe, dass ab See was steht. Ansonsten vielleicht echt hier hinten erst drauf. Auf jeden Fall, ah, guck. Da muss man erst meckern, ne? Da muss man erst meckern und dann taucht auch tatsächlich die erste Fährte auf. Und die ist tatsächlich von einem Steinbock vom Grelos-Ewex, den wir nämlich noch haben. Der fehlt uns bisher noch komplett. Deshalb würde ich sagen, gehen wir einfach mal gucken, wie alt denn die Fährte ist, ne? Vielleicht führen wir da gleich eine Losung oder einen Anhaltspunkt, der uns genau das nämlich verrät. Und dann zieht uns auch automatisch Richtung Süden. Das Problem ist natürlich, dass der Wind da voll drauf steht. Dementsprechend nicht ganz so gut für uns jetzt. Zumal wir halt für die keinen Koller haben oder sonst was. Wir müssen also schon uns anpirschen. Und das ist natürlich hier gerade nicht so gut möglich. Aber davon ist die Losung. Dann gucken wir erstmal, wie alt tatsächlich die Fährte ist und ob wir da eine Chance haben. Okay, ist schon älter. Das heißt, der wird uns wahrscheinlich auch nicht gleich hier schon auf dem Weg nach oben begegnen. Was dann vielleicht auch ganz gut ist. Sodass wir dann vielleicht da oben auf der Kuppe ein bisschen ein weiteres Blickfeld haben und den da vielleicht ausmachen können. aus einer etwas größeren Entfernung als das hier. Weil hier haben wir eine Sichtweite von im besten Fall 50 Meter. Das wird dann schon, glaube ich, eine andere Nummer. Aber wir gehen mal gucken. Mal hier einfach den Berg nach oben. Und schauen uns das dann von da aus mal genauer an. Noch kommen wir nicht ran. Aber das scheint auch ziemlich straight zu laufen. Ich weiß nicht genau, was sein Ziel ist. Ja, da wird auf jeden Fall halt den Hang hoch, ne? Das Ding ist, er wird natürlich im Zweifel nicht allzu weit gelaufen sein. Weil er wird halt auf dem Berg sein. Und nicht irgendwo im Tal unten. Dementsprechend muss der halt irgendwo oben sich platziert haben. Und es wird auch nicht der Einzige sein. Also vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt mal hier in die Richtung gehen. Ist auch ein bisschen offener. Vielleicht haben wir hier echt dann Glück, dass der irgendwo Ah, da hinten. Ich wollte schon sagen, jetzt hier die die Fährte hin. Auf einmal hört es auf, oder was? Aber was ist denn? Ich hatte es so abgebogen. Ist der auch Richtung Wasser gelaufen, oder was? Ist aber nicht nur schlimm, wenn der abbiegt. Weil dann haben wir natürlich den Wind nicht mehr so im im Nacken. Was ja eigentlich ganz positiv ist. Hier auf jeden Fall eine Kurve gemacht. Und es scheint jetzt echt Richtung See zu laufen. Ich habe mir den See da markiert. 390 Meter. Das ist der der See. Diese Markierung, die ich da gesetzt habe. Da scheint er ziemlich straight drauf zuzulaufen. Ehrlich gesagt, wenn ich das so sehe. Also vielleicht war meine Vermutung gar nicht so schlecht, dass sie sich tatsächlich da am am Hang vielleicht irgendwo aufhalten. Aber jetzt dreht er aber wieder ein bisschen ab, ne? Mal sehen. Hat einmal keinen Haken gemacht. Scheint jetzt mal wieder irgendwo mehr Richtung Süden zu laufen. Müssen wir mal sehen. Aber auch, dass ich keine andere Fährte gesehen habe. Also wirklich die einzige Fährte auf diesem ganzen Plateau ist bisher diese. Schon ein bisschen wenig, möchte ich fast sagen. Okay, jetzt die Fährte auch frisch tatsächlich. Und nicht mehr alt. Nur das Problem ist da unten. Ich kann sagen, dass ich nicht weiß, wo es weitergeht. Warum ich die denn von da aus nicht gesehen? Du liest doch direkt daneben. Die habe ich fast übersehen. So, aber er scheint wieder weiter Richtung See zu marschieren. Zwar in etwas unorthodoxer Form, möchte ich sagen. Immer mal mit einem Haken dazwischen. Aber er nähert sich kontinuierlich dem Wasser. Und wir nähern uns ihm auf jeden Fall. Weil wir sind schon von alt auf frisch gesprungen. Ich bin auf zwei Stufen. Nämlich sehr frisch, glaube ich. Und gerade eben. Also noch nicht allzu nah dran. Aber zumindest kommen wir eben ein Stück näher. Dahin ist auch übrigens der Ausguck. Dieser Turm da hinten. Man sieht ihn von hier ganz gut. Der, wo wir eigentlich hinwollten. Aber ich habe gedacht, wir gehen erstmal ans Gewässer. Denn das ist in 200 Meter. Vielleicht haben wir dann von hier oben echt einen ganz guten Blick darunter. Je nachdem, wie da die Lage ist. Weil wir kommen auf jeden Fall von oben und gucken dann ins Tal. Je nachdem, wie da die Baumstruktur auch ist. Ah, der ist aber nach links ein bisschen abgebogen. Okay, dann halten wir uns auch mal erst links. Ich bin gespannt, wo der mich hinführt. Da unten geht es weiter. Als ob der halt genau meine Markierung anvisiert. genau dahin scheint er zu laufen. Ich sehe aber noch keinen Warnruf und nichts. Ich möchte mal mit einer Losung langsam, damit ich mal sehe, wie weit wir mittlerweile fortgeschritten sind. Was ist da unten? Na, ich dachte, er steht da, aber da unten ist er. Habt ihr kurz Rennen sehen? Da unten. Weiß nicht, ob das der ist. Der ist ein weiblicher. Ist aber nicht der. Warnruf. Das ist ein männlicher. Das könnte ja natürlich sein. Auf jeden Fall sind da auch eine Steinböcke. Das haben wir schon mal gesehen. Wir haben zumindest schon mal einen weiblichen da rennen sehen. Und den männlichen haben wir gerade gehört. Die sich aber anscheinend schon meiner Anwesenheit bewussten. Obwohl der Wind eigentlich ganz okay steht. Da müssen wir jetzt irgendwie rankommen. Und das könnte noch problematisch werden. Denn hier im Wald wird es vermutlich auch nicht so leicht. Nichtsdestotrotz werden wir es natürlich versuchen uns da irgendwie anzupirschen. Da unten. ja, gute Frage, weil wir den getroffen haben, ne? Ja, das ist eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Ich habe nicht gesehen, dass der großartige Zei... Ah, wie viele da sind. Lol. Da sind noch inwiefern ein paar mehr als einer. Der hat nicht gezeichnet, ne? Habe ich da irgendwo in so einen... Habe ich da einen Busch nicht gesehen oder so? Oder den Boden? Habe ich den falsch wahrgenommen? Also der war so halb verdeckt von irgendeinem Busch, aber hat so einen Strauch, ne? Normalerweise kannst du da durchschießen. Hm. Der scheint nicht gut getroffen zu sein, wenn überhaupt. Aber so viele wie da waren. Alter, das sind Wölfe. Ich denke so, was ist das denn? Oh, falsche Mausprofil. Alter, Wölfe. Den einen haben wir getroffen. Ich muss doch gerade das Mausprofil umstellen, weil ich kann das Visier sonst nicht abnehmen. Das wäre nicht so gut. Wenn die jetzt, dass ich zum Angriff übergegangen wäre, hätte ich eigentlich ein Problem bekommen. Sonst sind noch die Steinböcke. Ich würde gerne einen davon rausschießen, ehrlich gesagt, aber im besten Fall einen männlichen. Bevor wir uns den Wölfen widmen, dann haben wir nämlich auch einen davon erwischt. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Den anderen haben wir echt nicht getroffen. Der Wolf ist auf jeden Fall tot. Den werden wir uns gleich schnappen. Ich denke, ich dachte, das ist irgendein Steinschlag, dieses Grollen oder was. Keine Ahnung, was das war. Bis ich dann gedacht habe, oh ja, könnten Wölfe sein. Die waren aber echt auf dem Weg zu mir. Aber erstaunlicherweise haben die abgelassen von mir. Normalerweise sind die ja dann da auch mal gern ein bisschen aggressiver zu Werke. Wie fertig will ich haben? Hallo, gib mir. Gibter mir nicht, ne? Ah, da, jetzt habe ich sie. Damit wir hier den passenden Wolf gleich tracken können. Ich will aber nur erstmal nach da unten gehen, glaube ich, weil ich den Steinbock zuerst aufnehmen will. Nicht, dass ich gleich noch sterbe und dann müssen wir hier wieder irgendwie hinlatschen. Deshalb lieber erstmal nach hier unten. Müsste einfach irgendwo geradeaus da liegen, ne? Der müsste irgendwo da liegen. Da unten ist er. Okay. Dann nehmen wir den, Leute. Dann nehmen wir den erstmal. So. Da haben wir ihn. Silberwertung. Eigentlich mal so weit entfernt von Gold. Aber die vierte Steinbockart, die wir da auf jeden Fall haben und dementsprechend natürlich auch direkt mal präpariert. Und wir gehen jetzt weiter und gucken, dass wir den Wolf finden. Der ist auf jeden Fall auch tot. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht bei den anderen Wölfen reinlaufen. Denn die sind natürlich auch noch hier irgendwo in der Gegend. Auch wenn sie jetzt wahrscheinlich scheu sind. Da haben wir echt Glück gehabt. Also es waren schon ein paar mehr, ne? Wenn man das gesehen hat, als sie da weggerannt sind. Da vorne liegt der Wolf. Schöner schon ein paar Wölfe gewesen zu sein. Da bin ich jetzt gar nicht mal so traurig drum, dass sie mich jetzt nicht angegriffen haben. dass sie durchaus eine enge Kiste werden können. Vor allen Dingen halt, weil ich das Visier nicht abnehmen konnte. So. Aber hier der nächste Wolf, der schon aggressiverweise auf uns zugelaufen ist. Den war ganz gut an seinem Gesichtsausdruck. Den nehmen wir aber auf jeden Fall erstmal mit. Also hier tatsächlich ein bisschen mehr Action. Wir gehen mal da wird wahrscheinlich die nächste Lot sein, oder? Kann auch eine sein. Da sind auch wieder zwei, ne? Ich meine, die sind auch relativ close. Könnte sein, dass sie hier relativ nah beieinander wieder sind. Aber noch die Wolfsfärten. aber die werden im besten Fall erstmal ein bisschen Respekt haben. Den haben wir auf jeden Fall nicht getroffen. Da waren wir ein bisschen sehr spät dran. Dann gehen wir einfach mal weiter. So viele Pferden jetzt, weil hier auch die Steinböcke dazwischen gerannt sind. Dann hier die ein bisschen getroffen. Ich bin auf einmal einmal getroffen. Guck mal, da sind alle die Steinböcke. Ich muss mal nachladen. Mauer getroffen. Der liegt im Knall. Wie Mauerhund hier, ne? So. Na gut, den einer war mit vor allem den haben wir getroffen. Den haben wir glaube ich, ich war mit dem einen, weil der eine war auf einmal festgebackt, ehrlich gesagt. Da war ich ein bisschen verwundert, ob wir den getroffen haben oder nicht, aber das war kein Treffer, den wir da gesetzt haben. Einmal einen weiblichen glaube ich getroffen. Der ist nach oben abgesprungen hinterher. Einer liegt da vorne auf jeden Fall auch. Gucken, ob das sogar der weibliche vielleicht ist. das ist der, den wir dahinten getroffen haben. Kann natürlich auch sein. Ist auch schwer, hier die Schweißpferden zu finden, ne? Wenn hier so viele Pferden aufploppen, das zumindest ein weiblicher, aber aus 31 Metern, auch das ist der. Das ist der, den wir schräg von hinten beschossen haben, der nicht close war. Damit haben wir den weiblichen auf jeden Fall gefunden. Heißt, wir haben auf jeden Fall noch zwei, die wir hier oben getroffen haben. Ich meine, der eine lag ja und der andere müsste dann irgendwo noch ein Stück weiter gelaufen sein. Ich habe gesehen, was wir denn getroffen haben. Wohin liegt der, der direkt umgefallen ist, nehme ich an. Der andere war vorhin so ein Felsen, ne? War das der Felsen da unten? Oder war das der da oben? So, hier. Da haben wir auch einen Goldsteinbock jetzt hier, der da nochmal uns entgegenkam. Den nehmen wir auch an. Oh ja, und wo der andere war, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Haben wir was von dem Felsen hier? Ich meine, die Map wird mir jetzt auch nicht helfen. Weil wir da nicht mehr allzu viel erkennen. Oh, das war vor dem Felsen da unten. Haben wir alle keine Schweißpferden hinterlassen, ehrlich gesagt. Auch gerade bei dem Weiblichen da unten hatten wir keine. Hier ist gar keine Pferde mehr. War nicht gerade noch eine Pferde an dem Felsen? War das der Felsen? Aber der ist zu close, glaube ich. Nein, da ist eine Schweißpferde, oder ist das eine? Ja. Da war das der Felsen hier, wo wir den vorbeschossen haben. Ich kriege die Pferde, ah, keine Organe getroffen, okay. Dann gehen wir da mal hinterher. Gehen wir mal gucken. Ob der irgendwann verendet ist. Sehr geringen Blutungsgrad. Wird also noch einige Meter gelaufen sein. Ich weiß ja nicht, ob der gestorben ist. Eigentlich gedacht. Immer noch 75%. 50%. Er zieht uns natürlich genau dahin, wo wir eigentlich gar nicht hin wollen. Dann werden wir jetzt hier genau wieder auf das Plateau kommen. Boah, der wird überlebt haben, oder? 50% noch. Ne, da ist er. Okay. Also doch noch verendet. Aber noch ein gutes Stück gelaufen. So kann man da ein bisschen zurück. Sonst hätte man da jetzt echt noch den lange suchen können. Da ist er. In den Schulterblatt rein. Sogar ein männlicher. Nehmen wir an. Und dann gehen wir weiter nach Richtung Lodge da unten. Ich nehme mal hier wieder die paar Meter in der Hand, die wir jetzt hier verloren haben. Denn da wird jetzt eh nicht so viel sein. Aber wir haben immer die Steinmöcke erlegt und den Wolf noch dazu. Die anderen Wölfe waren aber irgendwie alle weg. Die haben wahrscheinlich echt dreist ausgenommen. Nachdem wir den einen Wolf da erlegt haben. Aber sobald man hier ans Gewässer kommt anscheinend wieder die die Action am Start. Ist wahrscheinlich echt besser einfach die die Gewässer an den Bergen zu besuchen. Anstatt die Plateaus oben selbst. Weil da haben wir irgendwie ehrlich gesagt wenig gesehen. Da unten ist noch ein Stein. Dann gucken wir mal ob wir da unten am Wasser vielleicht noch irgendwas sehen. Ich werde mal da hingehen ans Ufer und mal mit den Fergen das ein bisschen abgucken. Oder am Hang irgendwo oder am Ufer auf der anderen Seite vielleicht noch was Städten sehen. Denn die sollten jetzt nicht so beeinflusst worden sein durch meine Schüsse. Klar haben sie die auch gehört aber falls sie da wirklich Bedürfnisgebiet haben oder so wo die trinken oder sonst was dann sollten die auch schon wieder langsam zurückbewegen und dann wahrscheinlich auch schon wieder da stehen sodass wir die da dann ganz gut erwischen können. So hier ist noch alles frisch weil sie gerade logischerweise hier waren. Das war jetzt doch schon so eine kleine Kuppe wo wir was sehen. Da ist aber noch auch gut bewachsen hier oder da vorne war doch irgendwas da unten ist doch ein Steinbock sogar mehr als einer der war der war hoch im Rücken drin der war nicht gut da bin ich ein bisschen abbekommen aber mehr will ich auch gar nicht beschießen da wenn wir da die zwei haben dann reicht das schon wieder auf dem gewöhnlichen Hang ob da irgendwas zu sehen ist aber zumindest ohne Fernglas erstmal nicht wirklich aber das waren schon andere Steinböcke als die die uns gerade da entgegen kam oder also hier müssen echt ganze Haufen von diesen Viechern sein sind aber beide tot ne sind beide auf jeden Fall tot dann gucken wir mal ob wir die finden natürlich ist ja wieder spaßig zwischen den ganzen Pferden einfach mal beide ungefähr an derselben Position getroffen aber das echt noch so weit war ich jetzt echt viel viel näher eingeschätzt ehrlich gesagt so kann man sich täuschen ehrlich gesagt dass wir die hier irgendwo getroffen haben aber der sagt wir sind noch weit davon entfernt dann gucken wir uns das mal aus der Nähe an was der da vorne sehen hat da ist auf jeden Fall hier eine Schweißpferde die Pferde ist auch schon markiert da oben rennt noch Steinbock und hier ist auch die andere Schweißpferde also beide haben wir zumindest hier vorhanden wir gehen einfach mal straight in die Richtung aber die scheinen nicht so weit gekommen zu sein oder mittlere Blutungsgrade ok schon mal mehr als sehr gerade weil die auf der Karte relativ schnell eingezeichnet waren dass die tot sind und dementsprechend können die nicht ganz so weit geflohen sein hier ist die nächste Schweißpferde glaube ich die andere sehe ich aber ehrlich gesagt nicht weil es nicht tot hier ist 25% da oben ok da liegt Nummer 1 dann fehlt uns Nummer 2 was leider ein bisschen undankbar ist weil wird sie Schweißpferde von dem nicht sehen und den direkt selber leider auch nicht so da haben wir ihn das ist der erste und der andere ich guck gerade ob ich hier irgendwo eine Schweißpferde zurück muss ach da unten ist er doch da unten ist er doch beide ungefähr auf gleichem level verendet warum man nicht noch großartig jetzt hier wieder zurück latschen und den da hinten suchen das ist doch perfekt dann können wir den nämlich auch direkt einsammeln wirbel solle getroffen aber mehr dann auch logischerweise nicht so da ach da ist auch ein lot ne ja gut dann dann egal wenn ich aber nehmen aber ich würde sagen ich gehe da jetzt einfach alleine hin und wir machen hier erstmal feiern für die folge weil viel mehr wird es hier auch nicht passieren als dass wir jetzt da hin laufen also Steinböcke alle komplettiert und ein paar Wölfe noch oder einen Wolf noch geschossen ein paar Wölfe gesehen das war ja dann doch nochmal im Ende ganz erfolgreich also würde ich sagen machen wir hier Schluss ich bedanken wenn die Folge gefallen hat beim nächsten mal wieder bis dann macht's gut und rein und auf wiedersehen